Oh, endlich wieder eine Runde Phasmophobia. Ich grüße euch alle recht herzlich und sage... Hey! So, ähm... Mal sehen, was uns heute für seltsame Gestalten hier auflauern. Komm, wir nehmen heute mal... Obwohl ich das hasse. Soll ich es mal nehmen? Aber auf einfach. So habe ich immer einen Grund, auf einfach zu spielen. Hinzufügen. Ich nehme das mal mit. Das nehme ich diesmal mit. So. Wir haben eine Zopp. Das Gefängnis. Okay. Ich habe auch diese Map eingetroffen. Ich habe auch noch einige Noten auf der Whiteboard geschrieben, wenn Sie sie brauchen. Hmm. Okay. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt den Geisterraum finde. Da geht's ja schon los. Ich und solche großen Maps. Ich werde die aber wirklich sehr selten spielen. Ich mach das jetzt einfach mal, weil ich wirklich ewig nicht gezockt hab, das Spiel. Ja. Und natürlich sollte man den Schlüssel mitnehmen. Der UW ist wieder einfach nur so ein blöder Stein. Mit einem Lungenbläschen. Weil dieser Garznal da aus dem schwersten Metall aller Zeiten ist. Karufuzamium. Oh, was weiß ich. Okay, aber jetzt. Ich hab schon was gehört. Zum Glück spiele ich immer so schön laut. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, ja. Hier. Na, da hab ich ja Glück. Du bist hier, ne? Vermute ich jetzt mal. Ich vermute mal, dass die, der oder die, ich hab gar nicht nach dem Namen geguckt, hier vorne ist. Das liegt doch eigentlich nicht hier, oder? Ich guck jetzt trotzdem noch mal kurz hoch. Kann ja auch oben gewesen sein, dass das einfach dort immer rumliegt. Das weiß ich jetzt nicht. Wir gucken einfach mal. Ich guck mal in den Raum. Hier spawnt der Geist auch sehr oft irgendwie. Aber ihr seht alles. Ich denke schon, da unten. Guck mal, die Becher stehen ja alle immer da. Ich denke, der ist da unten. Der Geist hat Mitleid mit uns. Und sagt sich, komm, das ist der blöde Stein, oh weh. Der schafft das sonst nicht. Okay. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall hab ich aus der Richtung was gehört. Bin ich mir zu 90% sicher. Das heißt, wir machen jetzt einen Test. Meine Güte. Also, wenn der so schnell außer Atem ist, braucht der ja 5 Tage, um einmal einkaufen zu gehen. Meine Güte. Wir machen jetzt hier mal einen Test. So. Ich könnte ja quasi hier ein paar Sachen noch hinlegen. Was mach ich jetzt mal? Nur zum Testen. Ich wollt noch nach dem Namen gucken. Lass das mal hier liegen. Dann haben wir sich das einmal schon im Gebäude. Ich tue jetzt mal hier noch ein paar Sachen hin. Dann steigt ja die Chance, dass eine Interaktion stattfindet. Und das mal noch hier hin. Ah, hier ist es kalt. Jawohl. Wir sind safe. Wir sind safe. Also. Beweise. Elsa, gefrierend Temperatur. Der blöde Mimik. Nö. Ich hasse den. Ich will den nicht haben. Ich tue das mal hier hin. Ich tue das mal jetzt alles hier daneben. So. Also mit dem Mimik habe ich echt meine Probleme. Gebe ich ehrlich zu. Wenn es nach mir ginge, raus mit dem Vieh. Rauspatchen. Weg damit. Das ist so nervig einfach nur. So. Name. Der David. Der David. Lavendel. Deswegen. Das sind keine vier Temperaturen, was wir gesehen haben. Das ist einfach sein Lavendelduft. Den riecht man quasi 20 Kilometer weit. Wenn deiner Nachbarstadt zu besuchen ist, riechst du den. Wochenlang. Hier so einmal durchgelatscht. Okay. Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Hm. Oh. Oh. Gleich kommt ein Schreckmoment. Ich habe den Nebel gesehen. Nö. Da gehe ich raus. Ich will mich nicht erschrecken. Tschüss. Das hat man jetzt nämlich schön gesehen. Auch David Lavendel. Das ist doch eh wieder so ein blöder Mimik. Erzähl mir doch nichts. Das ist doch nicht so ein blöder Mimik. Moment. So. So. Hm. Zum Glück haben wir den gleich gefunden. Den Ort des Geschehens. Kein Bock habe hier einen Laufsimulator zu machen. Es reicht schon, wenn wir das in Scum immer haben. Die großen Webs nerven sonst. Im Multiplayer ja. Da spiele ich es gerne. Aber... Alleine... Nö. Ist das teilweise so langweilig. Und nervig. Weil dann sind die Laufwege ja auch extremst. Deswegen bin ich froh, dass der gleich hier gespawnt ist. Alles safe. Öffne eine Tür. Öffne eine Tür. Öffne eine Tür. Wo bist du? Nee, warte mal. Lass das mal aus. Wir gucken von draußen mal nach Dotz. Oh, ne sehr ruhige Runde, ne? Passiert irgendwie jetzt gar... Hier. Nix. Doch, jetzt. Ja, ist klar. Jetzt, wo ich draußen bin, macht ja irgendwas. Der blöde Hund. Der besprüht wieder alles mit seinem blöden Lavendel. Ah, da war's doch. Ja. So. Ich will aber die Sicht. Mach mal, Dotz. Komm. Dann nehm ich noch das blöde Stickerheft mit. Da. Hm. Okay, einfach nur als Sicherheitsgefühl schmeiß ich jetzt den Jesus hierhin. Ja. Sehr ruhig. Der ist aber hier. Kann doch auch hier vorne sein, aber... öffne eine Tür. Bewege einen Gegenstand. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Hm. Okay. Wir... Ja. Los, was Sie hat es? Bei mir... Was. Was. Der ist, na. Wie. Oder. Dines. Deine. Die. Dines. Unheimlich, wenn nichts passiert. Du bist ein Arsch. Du rollst jeden Tag Ohrenschmalzkugeln. Du bist ein im Darm geschmolzenes Zäpfchen. Nö, beleidigen lässt er sich auch nicht. Ich glaube, er ist ja auch hier oben irgendwie. Ja. Der macht nichts. Hm. Wir warten jetzt einfach. Langweiligste Folge ever, die es überhaupt gibt. Tja, da kriege ich halt eine Auszeichnung dafür. Das gibt's doch nicht. Wo bist du? Ach so. Ich probier das jetzt einfach nochmal. Wie alt bist du? Wo bist du? Ähm, was willst du? Okay. Wir haben ein Buch. Und wir haben ein E-MF5. Wir haben's. Ganz ruhig. Raus jetzt. Huh. Also. Buch. E-MF5. Ein Shade. Das passt ja mal wirklich. Weil das hab ich so selten, dass ein Shade wirklich ein Shade ist. Ähm. Ein Shade ist ja dieser schüchterne Geist. Was eigentlich sonst nie hinhaut. Diesmal haut's hin. Hm. Okay. Bin ich zufrieden. Dafür, dass es ein Prison war. Nichts ist eskaliert. Nichts ist passiert. Es war gleich am Anfangsraum. Alles gut. So mag ich das. Ganz prima. Shade haben wir eingetragen. Jawohl. Okay. Wähle einen Zopp. Wähle einen Zopp. Och. Ich nehm nochmal meine geliebte Tanglewoods. Ne. Warte mal. Wir nehmen. Edgefield. Aber fortgeschritten. Haben wir einen Zopp. Bereit. Go. Okay. Okay. Der Christopher Jones. Bitte nicht vergessen. Das. 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 Und das. Standard-Chan. Oh. Haben wir Gewitter? Ich hoffe. Ich mag Gewitter. In Spielen wie in Real Life. Gewitterbeste. Ich hab schon was gehört. Entweder oben oder hier unten. Christopher. Christopher. Hier kann man dich holen. Ich kann hier mal ein bisschen Licht anmachen. Ich. Ja, ja. Der ist oben. Ich hör's klopfen. Ich mach erst mal Strom an. Ich hoffe, der ist jetzt im Keller. Blum. Nee. Keine Bagage. Okay. Ja, Gewitter. Oh, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Warte mal. Öh. Ich guck jetzt nochmal hier. Hier war damals auch manchmal der Generator. Aber das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Wir kommen gleich hoch, Christopher. Da knallt's. Das knallt jetzt gleich. Pass auf. Sicherung durch. Das war's. Für immer Finsternis. Ganze Stadt fällt doch Strom aus. Alle sterben. Das war's. Ende. Christopher. Du warst böse. Wir müssen reden. Aha. Aha. Mein Freund. Ja, ja. Ich hör das schon. Bist du irgendwo hier oben? Das weiß ich. Du brauchst dich nicht verstecken. Alter. Du bist hier, ne? Hier auf dem Flur. Okay, mein Freund. Wo schmeißt denn der hier immer was? Ne, der ist nicht auf dem Flur. Pass mal auf. Oder? Ah, das ist auch immer so spannend. Hier, erst mal's... Chicken Nugget mitnehmen. Da ist er auf dem Flur, komm. Erzähl mir doch nix. Dass hier kein Licht ist, ne? Doch, warte mal. Ja. Ja. Ich muss das ausmachen. Lassen wir mal die zwei hier an. Was ich auch mal machen möchte. Ich lass das jetzt mal hier liegen. Das jetzt mal hier liegen. Ich möchte mal mit dem Parabol-Mikrofon diese Stimmen aufnehmen. Und dann nehmen wir gleich... Hier haben wir noch eins mit. Warte mal. Alles safe. Alter! Oh, bestes... Beste Atmung. Das war's. Das war eine Jagd. Das war's. 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 Heftig. Das war's. Heftig. Heftig. Das war's. Heftig. Ich steck etwas. Das war's. Das war's. Okay. Aber da lutscht schon ganz schön. Dann ist der ganze Flur abgedeckt. MF haben wir ja. Da kann man die Dinger ja eigentlich mal ausschalten. Jawohl, dann weiß ich immer so ein bisschen, wo er gerade ist. Ich sehe so einfach nur einen Spirit. Da ist der Box. Ich probiere jetzt nochmal die Box. So, Zeit für eine Trönung. Ja, besser ist das. Da brauche ich die Lampe jetzt erstmal nicht. Ich nehme jetzt die Kerze erstmal mit. Welcher Geist war denn das mit dem Feuer? Ich weiß es nicht mehr. Also Dots schließe ich jetzt auch fast aus. Der killt uns. Ich sehe es kommen. Aber du weißt es nicht. Das ist ein Raichu. Oder? Was wir haben bei Raichu noch? Raichu, Raichu, Raichu. Platz. Tja. Der blöde Christopher ist zu dumm. Irgendwas zu machen. Fingerabdrücke bleibe ich dabei. Die sind ausgeschlossen. Ich lege die Dots nochmal um. Komm. Ja, natürlich scheiße. Im Regen geht das ja aus. Ach, kack doch auf die scheiß Kerze hier. Geh weg. So. Hier kannst du an. Ähm. Ich nehme jetzt mal zwei so eine Boxen mit. Ich lege jetzt eine einfach hier hin. Einer einfach hier hin. War das gerade das? Was? Das war doch gerade das. Ich lege den jetzt hier hin. Dann haben wir es nochmal ein bisschen abgedeckt. Okay. Okay. Sollst du die Türen zulassen. Christopher. Wir heizen nicht umsonst. G5. Das ist ja safe. Okay. Ähm. Jetzt hat er eine Dusche angemacht. Also es regnet doch. Spar doch mal Wasser. Gehst du raus. Stellst dich für den Regen. Mann. Wir müssen sparen. Komm. Jetzt löst du den scheiß Dots aus. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Da. Der handelt und dann sind wir tot. Das sehe ich. Rein vom Gefühl. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich gerade diesen Schemen gesehen habe durch das Grüne. Moment. Doch. Da war er. Doch. Ganz knapp hat man es gesehen. Ganz schwach. Dann ist es ein Raichu. Hoffe ich zumindest. Weil dieser blöde Mimik, der kann mich ja auch wieder verarschen, ne? Ich sage, jetzt ist es ein Raichu. Komm. Dann schaffen wir noch eine Runde. Und dann sind wir der Besten. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und das war... Der hat mich... Sehr gut. Der hat mich schon ein bisschen fertig gemacht. Der Junge. Sau, wir haben ja lange gebraucht. Ja, der ist völlig eskaliert. Wähle einen Zopp. Einen Zopp. Ähm. Willow's Ridgeview Roadhouse nehmen wir jetzt. Fortgeschritten. Wählen. Bereit. Start. So, jetzt haben wir bestimmt wieder so eine Bichse. So eine Fischbichse. Nö. Der Larry. Der gute Larry. Der gute Larry aus der Apotheke. Ja. Den haben sie nämlich gelünscht. Weil der hat dann die Bonbons, die immer auf seinem Verkaufsdressen standen, hat er mit Tabletten ausgetauscht. Und hat die Kinder dann vergiftet. Dann haben sie ihn gelünscht. Naja. Und jetzt ist er natürlich sauer, der gute Larry. Und jetzt sucht er hier die Straße ein. Das war... Ja, der war schon... Böser. Okay. Standard-Kram. Und dann... Auf geht's. Apotheken. Larry. Hmm. Larry. Ich hab schon wieder was gehört. Das war auch ziemlich nah. Also oben. Vermute ich jetzt. Das kann ja auch. Okay, pscht. Ganz leise jetzt. Lasst mich einfach mal machen. Okay. Das war's. Sollte Aha. Aha. Da haben wir so einen blöden Flurgeist. Ich soll mal... Lass doch mal die Tür zu, Junge. Es zieht. Oder der ist da drin. Warte mal. Ah, du bist hier drin, ne? Larry! Mein Freund. Selbst wenn du tot bist, mögen sie dich nicht. Für das, was du getan hast. Wir sind gleich wieder da, mein Freund. Ja, der eskaliert grad da oben. Weil wir ihn gefunden haben. Und weil er weiß, dass die Geisterjäger jetzt hier sind. Wird er jetzt richtig sauer. Aber er entkommt nicht seiner gerechten Strafe. Der Larry. Der Apotheken Larry. Der Apotheken Larry. Der Apotheken Larry. So, mein Freund. Was willst du? Wo bist du? Wo bist du, Larry? Wo bist du? Wo bist du? Der eskaliert ja richtig drinnen, ne? Antworte. Gib mir ein Zeichen. Was willst du? Gut, also Larry redet schon mal nicht. Waren das jetzt Gefriertemperaturen? Ja, das sind vermutlich jetzt Gefriertemperaturen. Mit drei. Der gute Larry. Okay, wir haben schon wieder was. Natürlich ist der blöde Mimik mit dabei. Der muss dabei sein. Muss. Ja, Apotheken Larry hat auch, ähm... Giftspritzen. Die Dartpfeile hinter Oma sind da hergeworfen, die kein Trinkgeld gegeben haben. Also es war schon ganz böser. Das müsst ihr mir glauben. Das war der allerböseste. Larry war ein ganz böser. Dieser scheiß Mimik. Ich will den nicht im Spiel haben. Oh. Das war's. Natürlich ist hier so ein blöder Ort. Oh Gott. Ja, Larry. Aber ich muss doch die Wahrheit sagen. Ja? Sonst fragen die sich ja irgendwann... Larry? Welcher Larry? Wen meinst du denn? Wer war denn das? Ich muss doch deine Geschichten erzählen. Sag mal. Du sollst die Türe zulassen. Ich hab dir das jetzt schon dreimal gesagt. Wo bist du denn? Hier. Zu. Und zu. Spinnst du. Spinnst du. Sag mal. Der hört mich. Nimm die Grifeln jetzt von dem Schrank. Hier. Bleib zu. Tschüss. So. Hier mal den blöden Platz mit. Nehmen wir gleich zwei hier mit. Fingerabdrücke schließe ich jetzt wieder aus. Da. Nehmen wir zwei Dots mit. Ich trage den Ort jetzt mal ein. Onryu, Revenant, Jurei. Onryu. Onryu wäre... Box. Die schließe ich jetzt auch aus. Erstmal. So. Revenant oder Jurei. Das könnte ein Revenant sein. Dann würde er ans Buch schreiben. Dots oder Buch. Ja, der Larry hat zum Beispiel auch Tablettenblister. Von verschiedenen Tabletten. Je nach Laune. Ohne zu gucken, was er da irgendwo rein tut. Hat er einfach komplett ausgetauscht. Ja. Das heißt, wenn du eine Wassertablette nehmen wolltest. Oder gekauft hast. Hast du einfach mal eine Herz-Tablette genommen. Ganz schlimmer Finger war das. Ja. Der hat ganz viele auf dem Gewissen. Und... Ja. Und die haben dir dann irgendwann mal gelinscht halt, ne? Der hat doch schon wieder hier so eine Tür angetatscht. Nimm jetzt die Griffel da weg. Ja, das hat er unter anderem auch gemacht. Ja, das hat er unter anderem auch gemacht. Larry, es ist doch bloß da weit. Oh. Mein Herz. Larry. Hast du nicht meine Herz-Tablette für mich? Aber, ne? Lieber nicht, ne? Nachher tust du da irgendwas anderes rein. Meine Fresse war ich jetzt erschrocken. Genau vor meiner Schnauze. Und richtig laut. Jetzt nehm ich hier. Guck mal, Larry. Das sind richtige Pillen, ja? Abgepackt von Umbrella Corporation. Da ist das Vertrauen groß. So, jetzt läuft durch das Scheißglotz. Jawoll. Das hat man wunderbar gesehen. Ich danke dir, Apotheken Larry. Damit bist du ein Jurei. Denke ich jetzt mal. Es sei denn, der blöde Mimik hat mich wieder verarscht. Salz. Salz und Kerze. Kommt, das Salz machen wir nochmal schnell. Und die blöde Kerze. So. Jetzt aber schnell. Larry. Hier. Ich hab dich gesehen im Dotz gerade. Ich hab sehr gute Augen, mein Freund. Und der ist durchgelaufen. So, Larry. Das ist kein Salz. Da kommen jetzt giftige Dämpfe raus. Und jetzt stirbst du sogar als Geist. Soll ich dir einen schönen Gruß sagen von deiner Gemeinschaft? So. Das ist nämlich Giftsalz. Du wirst jetzt als Geist ausgelöscht. So. Ja, der Apotheken Larry. Ganz schlimmer. Also da gibt's ganz viele Geschichten über den. Aber wir haben ihn aufgespürt. Und das Geisterentfernungsteam wird ihn endgültig den Gar ausmachen. Sehr schön. Gut. Ich könnte zwar jetzt noch eine Folge dranhängen, aber drei Jagden reichen, glaube ich, erstmal wieder. Ja. Gut. Gut. Dann freue ich mich schon auf morgen, auf die nächste Folge. Ah. Heute Abend spiele ich noch mit zwei Kumpels. Das wird natürlich nice. Ah. Der Apotheken Larry. Ja. So war das, ne? Habt ihr wieder was gelernt? Ne? Morgen schreibt man eine Leistungskontrolle drüber. Also lernt das schön. Und ich frage euch dann ab. Ciao.